Wie überwindet man die Angst? Worte der Mutter Eines der großen Heilmittel, die Angst zu überwinden, ist, dem ins Auge zu blicken, wovor man sich fürchtet. Du wirst der Gefahr, die du fürchtest, gegenübergestellt, und du fürchtest sie nicht mehr. Die Angst verschwindet. Vom yogischen Standpunkt aus, im Hinblick auf die Disziplin, wird dieses Mittel empfohlen. Bei den alten Einweihungen, besonders in Ägypten, musste man die Angst vor dem Tod vollkommen ablegen, um Okkultismus üben zu können. Wie ich letzte Woche erzählte, eine der Übungen jener Zeit war es, den Neuling in einen Sarkophag zu legen und ihn dort einige Tage lang liegen zu lassen, als wäre er tot. Natürlich ließ man ihn nicht sterben, weder den Hungerstod noch den Erstickungstod. Er lag aber doch da, als wäre er tot. Anscheinend hat einen das von der Angst geheilt. Kommt die Angst, kann man sie beseitigen, indem man ihr Bewusstsein, Wissen, Kraft und Licht entgegensetzt.